Glückssinger 2017, denn singen macht gesund, glücklich und auch reich. Und letztes Jahr habe ich schon mal die Grugerhalle reserviert und wollte mit 5000 Leuten singen und mir damit einen ganz großen Traum erfüllen. Und dieses Jahr ist die BKK Novitas so nett und erfüllt mir diesen Traum, indem sie diese Veranstaltung organisiert. Da ich keine Gruppe habe, habe ich dann einfach als Singbotschafterin Menschen zusammengetrommelt aus verschiedenen Kreisen und habe mit denen versucht Weihnachtslieder zu singen und aufzunehmen. Und wir hatten hinterher so viel Spaß, dass wir jetzt ein regelmäßiges Weihnachtssingen machen. Weihnachtssingen, ich bin vom Wald, freue dich Christkind vom Wald, freue dich Christkind vom Wald, freue dich Christkind vom Wald. Weihnachtssingen, ich bin vom Wald. Weihnachtssingen, ich bin vom Wald. Freuerlich trifft ihn, kommt bald.